Guten Tag, salut. Oh, das freut mich jetzt, dich zu sehen. Wow, du siehst heute gut aus. Richtig frisch und fröhlich. Ja, ich werke halt. Hier ist eine Person mit Lebenserfahrung. Was hast du schon alles durchgestanden in deinem Leben? So häufig hättest du Grund gehabt, den Kopf in den Sacken zu stecken. Aber du bist immer wieder aufgestanden. Ich bewundere deine Mut und deine innere Stärke. Gell? Du lässt dich nicht unterkriegen. Aber wie machst du das nur? Dass du trotz viel Schwierigem, gegen den Rotzguten, das Schöne im Leben siehst? Du bist mir da wirklich ein Vorbild. Und wenn ich jetzt so in deine Wohnung schaue, muss ich sagen, du hast richtig schön aufgeräumt und geputzt. Ja, es ist einem richtig wohl, wenn man da so bei dir ist. Hm, besonders deine Pflanzen finde ich schön. Also bei mir haben ja die Blätter der Pflanzen alle so brune Rändchen. Aber du hast einen grünen Taumen. Bei dir gelingt es? Ah ja, genau. Einmal, das wollte ich dir noch sagen. Ich fand super, wie du das mit dem Nachbarn gemacht hast. Weisst du, der, der so wütend war wegen der Waschküche. Ja, der hat ja getöbert. Aber du bist einfach gelassen und sachlich geblieben und hast die Situation super entschärfen können. Die bringt offenbar nichts so schnell auf die Palme. Ich bin richtig froh gewesen, bist du da gewesen. Ah ja. Letzte Woche habe ich dich im Fall beobachtet. Dort, wo du beim Spielplatz bist und den Kindern zugeschaut hast. Und es hat mich berührt, wie du dazu gelächelt hast. Weisst du, ich kenne genug Leute, die sich nur noch Ärger ab den Kindern, die so laut und wild spielen wollen. Und ich finde es toll, dass du zu denen gehörst, die sich ab wild umtobenden Kindern noch richtig freuen können. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Komplimente tun gut. Ähmu, mir schon. Und meiner Frau auch. Es tut unserer Ehe, es tut meiner Frau gut, wenn ich gerne wieder überlege, was mich an ihr freut, was sie gut macht und ihr das dann natürlich auch sagen. Und was für ein Partner gilt, gilt für alle Menschen. Einander sagen, was uns freut, was es gegenüber gut macht, was wir schätzen oder sogar bewundern, das tut jeder Beziehung gut. Probier es doch auch wieder einmal mit einem Kompliment. Und wer weiss, vielleicht kommt dann sogar eines zurück. Und wer die Frau nachdenklichen. Und wer hat die Frau nachdenklichen. Vielen Dank.